18.000 Zuschauer, die größte Kulisse. Kattivitas desperatio, pugnazitas titio, miseria dominatio, tristitia formiduo, victoria reverentio, und die größte Kulisse. Kattivitas desperatio, pugnazitas titio, miseria dominatio, tristitia formiduo, kattivitas fides libertas, felicitas dignitas, victoria reverentia, und die größte Kulisse. Kattivitas desperatio, pugnazitas titio, miseria dominatio, tristitia formiduo, Kattivitas desperatio, tristitia formiduo, 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 tristitia formid Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Spiel ist aus. 10 zu 9 nach Elfmeterschießen gewinnt der MSV Duisburg im Trierer Moselstadion. Und das ganze Stadion applaudiert beiden Mannschaften. Tja, das ist Pokal. Und so abgedroschen es klingen mag, dieser Fight, dieser Fight, der hatte keinen Verlierer verdient. Aber es muss halt einen Sieger geben und der heißt MSV Duisburg. Der MSV am 16. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den FC Bayern München. Also eine Neuauflage des Pokalendspiels von 1966, als die Bayern mit 4 zu 2 gewonnen haben. Das Spiel ist aus. Musik. 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 Musik.